prometheus eine sage aus griechenland gelesen von torsten turms himmel und erde waren geschaffen das meer wogte in seinen ufern und die fische spielten darin in den nüften sangen beflügelt die vögel der erdboden wimmelte von tieren aber noch fehlte es an dem geschöpfe dessen leib so beschaffen war daß der geist in ihm wohnung machen und von ihm aus die erdenwelt beherrschen konnte da betrat prometheus die erde ein sprössling des alten göttergeschlechts das zeus entthront hatte ein sohn des erdgeborenen uranus sohnes iapetos kluger erfindung voll dieser wußte wohl daß im erdboden der same des himmels schlummere darum nahm er vom tone befeuchtete denselben mit dem wasser des flusses knetete ihn und formte daraus ein gebilde nach dem ebenbild der götter der herren der welt um diesen seinen erdenkloß zu beleben entlehnte er allenthalben von den tierseelen gute und böse eigenschaften und schloss sie in die brust des menschen ein unter den himmlischen hatte er eine freundin athene die götten der weisheit diese bewunderte die schöpfung des titanen sohnes und blies dem halbbeseelten bilde den geist den göttlichen atem ein so entstanden die ersten menschen und füllten bald vervielfältigt die erde lange aber wußten diese nicht wie sie sich ihrer edlen glieder und des empfangenen götter funkens bedienen sollten sehend sahen sie nichts hörend hörten sie nicht wie traumgestalten liefen sie umher und wußten sich der schöpfung nicht zu bedienen unbekannt war ihnen die kunst steine auszugraben und zu behauen aus lehm ziegel zu brennen balken aus dem gefällten holze des waldes zu zimmern und mit allem diesem sich häuser zu erbauen unter der erde in sonnenlosen höhen wimmelte es von ihnen wie von beweglichen ameisen nicht den winter nicht den blütenvollen frühling nicht den früchterreichen sommer erkannten sie an sicheren zeichen planlos war alles was sie verrichteten da nahm sich prometheus seiner geschöpfe an er lehrte sie den auf und niedergang der gestirne beobachten erfand ihnen die kunst zu zählen die buchstabenschrift lehrte sie tiere ans joch spannen und zu genossen ihrer arbeit zu machen gewöhnte die rosse an zügel und wagen erfand ruder und segel für die schifffahrt auch fürs übrige leben sorgte er den menschen früher wenn einer krank wurde wußte er kein mittel nicht was von speis und trank ihm zuträglich sei kannte kein salböl zur linderung seiner schäden sondern aus mangel an arzneien starben sie elendig dahin darum zeigte ihnen prometheus die mischung milder heilmittel allerlei krankheiten damit zu vertreiben dann lehrte er sie die wahrsage kunst deutete ihnen vorzeichen und träume vogelflug und opferschau ferner führte er ihren blick unter die erde und ließ sie hier das erz das eisen das silber und das gold entdecken kurz in alle bequemlichkeiten und künste des lebens führte er sie ein im himmel herrschte mit seinen kindern seit kurzem zeus der seinen vater chronos entthront und das alte göttergeschlecht von welchem auch prometheus abstammte gestürzt hatte jetzt wurden die neuen götter aufmerksam auf das eben entstandene menschenvolk sie verlangten verehrung von ihm für den schutz welchen sie demselben angedeihen zu lassen bereitwillig waren zum ikon in griechenland ward ein tag gehalten zwischen sterblichen und unsterblichen rechte und pflichten der menschen sollten an diesem tag bestimmt werden bei dieser versammlung erschien prometheus als anwalt seiner menschen um dafür zu sorgen daß die götter für die übernommenen schutzämter den sterblichen nicht allzu lästige gebühren auferlegen möchten da verführte den titanen sohn seine klugheit die götter zu betrügen er schlachtete im namen seiner geschöpfe einen großen stier davon sollten die himmlischen wählen was sie für sich verlangten er hatte aber nach zerstüttelung des opfertieres zwei haufen gemacht auf die eine seite legte er das fleisch das eingeweide und den speck in die haut des stieres zusammengefasst und den magen oben darauf auf die andere die kahlen knochen künstlich in das fett des schlachtopfers eingehüllt und dieser haufen war der größere zeus der göttervater der allwissende durchschaute seinen betrug und sprach sohn des iapetos erlauchter könig guter freund wie ungleich hast du die teile geteilt prometheus glaubte jetzt erst recht daß er ihn betrogen lächelte bei sich und sprach erlauchter zeus größter der ewigen götter wähle den teil den dir dein herz im busen anrät zu wählen zeus ergrimmte im herzen aber geflissentlich faßte er mit beiden händen das weiße fett als er es nun auseinander gedrückt und die bloßen knochen bemerkt hatte stellte er sich an als entdeckte er jetzt erst den betrug und zornig sprach er ich sehe wohl freund iapetionide daß du die kunst des truges noch nicht verlernt hast zeus beschloss sich an prometheus für seinen betrug zu rächen und versagte den sterblichen die letzte gabe die sie zur vollendeten gesittung bedurften das feuer doch auch dafür wußte der schlaue sohn des iapetus rat er nahm den langen stengel des markigen riesen fenchels näherte sich mit ihm dem vorüberfahrenen sonnenwagen und setzte so den stengel in brand mit diesem feuerzunder kam er hernieder auf die erde und bald lodete der erste holzstoß gen himmel in innerster seele schmerzte es zeus als er den fernleuchtenden glanz des feuers unter den menschen empor steigen sah sofort formte er da des feuers gebrauch den sterblichen nicht mehr zu nehmen war ein neues übel für sie der seiner kunst wegen berühmte feuergott hephaistos musste ihm das scheinbild einer schönen jungfrau fertigen athene selbst die auf prometheus eifersüchtig ihm abholt geworden war warf dem bild ein weißes schimmerndes gewand über ließ ihr einen schleier über das gesicht wallen den das mädchen mit den händen geteilt hielt bekränzte ihr haupt mit frischen blumen und umschlang es mit einer goldenen binde die gleichfalls hephaistos seinem vater zulieb kunstreich verfertigt und mit bunten tiergestalten herrlich verziert hatte hermes der götterbote musste dem holden gebilde sprache verleihen und aphrodite allen liebreiz also hatte zeus unter der gestalt eines gutes ein blendendes übel geschaffen er nannte das mägdlein pandora das heißt die allbeschenkte denn jeder der unsterblichen hatte ihr irgendein unheilbringendes geschenk für die menschen mitgegeben darauf führte er die jungfrau hernieder auf die erde wo sterbliche vermischt mit den göttern lust wandelten alle miteinander bewunderten die unvergleichliche gestalt sie aber schritt zu epimetheus dem arglosen bruder des prometheus ihm das geschenk des zeus zu bringen vergebens hatte diesen der bruder gewarnt niemals ein geschenk vom olympischen herrscher anzunehmen damit dem menschen kein leid dadurch wiederführe sondern es sofort zurück zu senden epimetheus dieses wort uneingedenk nahm die schöne jungfrau mit freuden auf und empfand das übel erst als er es hatte denn bisher lebten die geschlechter der menschen von seinem bruder beraten frei vom übel ohne beschwerliche arbeit ohne quälende krankheit das weib aber trug in den händen ihr geschenk ein großes gefäß mit einem deckel versehen kaum bei epimetheus angekommen schlug sie den deckel zurück und alsbald entflog dem gefäß eine schar von übeln und verbreitete sich mit blitzesschnelle über die erde ein einziges gut war zu unterst in dem passe verborgen die hoffnung aber auf den rat des göttervaters warf pandora den deckel wieder zu ehe sie hinausflattern konnte und verschloss sie für immer in dem gefäß das elend füllte inzwischen in allen gestalten erde luft und meer die krankheiten irrten bei tag und bei nacht unter den menschen umher heimlich und schweigend denn zeus hatte ihnen keine stimme gegeben eine schar von fiebern hielt die erde belagert und der tod früher nur langsam die sterblichen beschleichend beflügelte seinen schritt darauf wandte sich zeus mit seiner rache gegen prometheus er übergab den verbrecher dem hephaistos und seinen dienern dem kratos und der bier dem zwang und der gewalt diese mussten ihn in die skytischen einöden schleppen und hier über einem schauderhaften abgrund an eine felswand des berges kaukasus mit unauflöslichen ketten schmieden ungerne vollzog hephaistos den auftrag seines vaters er liebte in dem titanen sohne den verwandten abkömmling seines urgroßvaters uranos den ebenbürtigen göttersprössling unter mitleidsvollen worten und von den rohen knechten gescholten ließ er diese das grausame werk vollbringen so mußte nun prometheus an der freudlosen klippe hängen aufrecht schlaflos niemals imstande das müde knie zu beugen viele vergebliche klagen und seufzer wirst du versenden sagte hephaistos zu ihm denn des zeus sinn ist unerbittlich und alle die erst seit kurzem die herrschergewalt an sich gerissen sind hartherzig wirklich sollte auch die qual des gefangenen ewig oder doch dreißigtausend jahre dauern obwohl laut aufseufzend und winde ströme quellen und meereswellen die allmutter erde und den allschauenden sonnenkreis zu zeugen seiner pein aufrufend blieb er doch ungebeugten sinnes was das schicksal beschlossen hat sprach er muß derjenige tragen der die unbezwingliche gewalt der notwendigkeit einsehen gelernt hat auch ließ er sich durch keine drohungen des zeus bewegen die dunkle weissagung das dem götterherrscher durch einen neuen ehebund verderben und untergang bevorstehe näher auszudeuten zeus hielt wort er sandte dem gefesselten einen adler der als täglicher gast an seiner leber zehren durfte die sich abgeweidet immer wieder erneuerte diese qual sollte nicht eher aufhören bis ein ersatzmann erscheinen würde der durch freiwillige übernahme des todes gewissermaßen sein stellvertreter zu werden sich erböte jener zeitpunkt erschien früher als der verurteilte nach dem spruch des göttervaters erwarten durfte als er viele jahre an dem felsen gehangen kam herakles des weges auf der fahrt nach den hesperiden und ihren äpfeln begriffen wie er den götterenkel am kaukasus hängen sah und sich seines guten rates zu erfreuen hoffte erbarmte ihn sein geschick denn er sah zu wie der adler auf den knien des prometheus sitzend an der leber des unglücklichen fraß da legte er keule und löwenhaut hinter sich spannte den bogen entsandte den pfeil und schoss den grausamen vogel von der leber des gequälten hinweg hierauf löste er seine fesseln und führte den befreiten mit sich davon damit aber zeus bedingungen erfüllt wurde stellte er ihm als ersatzmann den zentauren kiron der erbötig war an jenes stadt zu sterben denn vorher war er unsterblich auf das jedoch des zeus urteil der den prometheus auf weit längere zeit an den felsen gesprochen hatte auch so nicht unvollzogen bliebe so musste prometheus fortwährend einen eisernen ring tragen an welchem sich ein steinchen von jenem kaukasus felsen befand so konnte sich zeus rühmen dass sein feind noch immer an den kaukasus angeschmiedet lebe das war die griechische sage von prometheus gelesen von torsten turms weitere geschichten und texte unter www.xpresso-texte.de www.xpresso-texte.de